Der Distance Master 50 von LaserLiner. Robust staub- und wassergeschützt ist der Distance Master 50 bereit für jede Anwendung. Mit seinen 10 verschiedenen Funktionen ist dieser Laserentfernungsmesser ein Multitalent und nutzbar bis zu einer Messstrecke von 50 Metern. Messen Sie Ihre Wandflächen und ziehen Sie bestimmte Flächen wie Fenster einfach wieder ab. Das ist zum Beispiel zur Berechnung von Material wie Wandfarbe sehr nützlich. Zudem hat das Gerät eine Speicherfunktion mit 50 Speicherplätzen. Auch bei der Volumenmessung überzeugt der Distance Master 50 mit gutem Handling und Präzision. Wählen Sie den Gehäusebezugspunkt in drei Schritten. Hinten, Stativgewinde und vorne am Gerät. Distance Master 50 Distance Master 50 Distance Master 50 Untertitelung des ZDF, 2020